So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Max Out Monday. Hannes ist auch da. Der Hannes, der sitzt da hinten. Das ist der Hannes, der sitzt da rum. Das ist der Adi, der springt da rum. Und wir wollen wieder Maxen, Pokémon Maxen auf Level 50. Wie läuft das immer ab für die, die es nicht kennen? Deswegen, ich gucke immer, ob ich ein Pokémon in 100% habe und genügend XL Bonbons und dann maxe ich das. Normalerweise suche ich mir ein Titel-Pokémon, was gerade in einem bestehenden Event zum Beispiel vorrangig ist oder halt heraussticht, wenn ich was Besonderes aus den Raids oder so bekommen habe. Plus 5 Vorschläge aus der Community. Das letzte, was ich gemaxed habe, war das 100% Ognatol, Echnatol. Ich weiß jetzt gar nicht, das eine heißt so, das andere so. Auf jeden Fall, das vom Galamakabar, ja, dann, ich glaube doch, echt ein Ognatol. Ognatol, weil ich das zufällig aus einer Forschung bekommen habe. Und das fand ich cool. Das habe ich beim letzten Mal gemaxed. Ich habe dieses Mal kein Titel-Pokémon, was ich selber bestimme. Ich werde einfach 4 Sterne... Ardi, nicht randalieren. Ich werde einfach 4 Sterne eingeben und 6 Vorschläge aus der Community heute nehmen. Und das, was mir am besten gefällt, was da dabei ist, das wird das Titel-Pokémon sein. 4 Sterne und, wo ist das Unzeichen hier? 4 Sterne und. Jetzt geht's los. Das war das letzte Video, 100% Ognatol, letzten Montag. Denn auch unter dieses Video könnt ihr dann wieder Vorschläge machen, was ich maxen soll. Ich habe 30 Kommentare hier. Und der erste ist der Insta-Paul. Meine Vorschläge sind diese Woche Pump Gin, Ariados und Drift Zeppli. Mit Austaus warte ich mal bis nach der Safari-Zone. Nur wenn es eine Safari-Zone gibt, wo Muschas und so Zeugs auftaucht, heißt das ja nicht, dass ich dann nach Bonbons habe. Nur weil es eine Safari-Zone irgendwo auf der Welt gab. Also, Paul, ich glaube, da brauchen wir erstmal wieder irgendein Wasser-Event oder Weihnachts-Event mit Muschas. Ne, das passt nicht. Das passt eher zum Wasser-Event, auch wenn Austaus dann Eis ist. So, Pump Gin, Ariados, Drift Zeppli. Pump Gin hätte ich eigentlich selber vorschlagen können. Habe ich aber nicht. Wir haben hier einen Pump Gin. Das ist aber schon auf Level 50. Das heißt, das entflieht, aber es ist wenigstens ein XXL auf 2976. Pump Gin! Also, das wäre ein Vorschlag gewesen, der hätte gepasst zu dem Halloween-Event und zu letzter Zeit, aber ihr seht, ist schon. Dann gibt es noch Ariados und Drift Zeppli. Gucken wir mal kurz hier rein. Ariados. Jetzt habe ich das Umzeichen wieder weggemacht. Ich brauche immer drei Stunden, um das zu finden. Ariados. Ariados ist auch schon auf 50 mit 2003 und Drift Zeppli. Drift, oh mein Gott, Drift Zeppli haben wir auch schon auf 50, sogar mit Kostüm. Robert 100er. Der hat nämlich damals eingeladen in irgendeinem Stream. Wir haben aus Spaß gesagt, komm, den machen wir doch schnell mit, bevor der Stream aus ist. Dann habe ich da im Stream live ein 100% Drift Zeppli aus dem Raid gezogen von Robert 100. Oder 2693. Jetzt habt ihr auch mal einen Überblick. Und ich weiß jetzt schon, dass unter dieses Video wieder Leute schreiben, kannst du mal ein Drift Zeppli maxen? Obwohl das das erste war, was wir mitgezeigt haben. Die Leute veräppeln halt immer nur. Aber na gut. Ist also leider nichts dabei. Gehen wir weiter zum Jochen. Gala Flunschlik. Gehen wir mal zurück und gucken nach Flunschlik. Das ist das normale Flunschlik. Das haben wir schon gemaxed. Das ist das Gala Flunschlik. Das haben wir nicht gemaxed. Aber weil es ja eine andere Version ist, maxen wir das Gala Flunschlik für den Jochen. Kommt auf 2445. Wir packen natürlich auch den Tag dran. Level 50. 2445 und hat damit genauso viel wie das andere. Welches gefällt euch besser? Das oder das? Ich muss sagen, eindeutig das. Erstens ist das halt hinten hoch. Und das ist einfach nur platt. Ja, das sieht halt einfach dumm aus, oder? Guckt doch mal. Und das hier, das ist wenigstens eine Bärenfalle mit einem Ball drin, die dann zuschnappt. Da ist sich richtig was dabei gedacht. Dieses Design hier ist doch absoluter Müll. So. Sieht aus wie ein Bug, wie ein Grafikfehler, aber nicht wie ein Pokémon. Dann haben wir... Das müssen wir wieder wegmachen. Eins haben wir schon, ne? Eins haben wir schon. Richtig genial. Timo. Okay, da ist keins dabei. Oder? Ne. Ne, Timo hatte nur eine Frage. Pokeben. Mein Vorschlag wäre Shiny Ampharos oder eins der Hisui. Ampharos. Jetzt sind wir wieder am... Ich habe natürlich ein Ampharos in 100, aber kein Shiny. 100. Deswegen, wenn ich das als 100er habe und genügend XL, dann wird gemaxed. Ampharos selber haben wir auf 50 schon gezogen. Das ist nämlich Teil meiner Megasammlung. Ich versuche immer alle Mega-Pokemon, Mega-Entwicklungen als 100% Level 50 mit Best-Body-Batch zu sammeln. Ihr seht im Hintergrund auch, das ist schon entwickelt worden mal. Gutes Shiny habe ich nicht. Hisui. Kann man das einfach eingeben. Vier Sterne und Hisui. Damit es einem was anzeigt. Elektroball zeigt es mir an. Der ist aber schon nach 50. Ansonsten habe ich von der Hisui-Region wohl keinen Pokémon. Da die letztens ja nur kurz mal aus Eiern kamen, ich nicht gebrütet habe und ich mir dann nur die Pokedex-Einträge von den Hisui-Varianten rübergetauscht habe. Also Hisui entfällt auch, aber wir können euch hier wenigstens mal dieses Hisui-Elektroball zeigen auf 2400. Benjamin, meine Vorschläge wieder. Tropius und Ursaring wegen C-Day. Tropius und Ursaring. An Tropius beiße ich mir die Zähne aus. Der schlägt das jede Woche vor. Und jede Woche hat es den gleichen Stand, nämlich 76XL. Da wird nichts passieren. Das brauchst du gar nicht mehr vorschlagen. Aber ja, mach es halt doch. So, Ursaring. Ursaring ist auch schon auf 50. Kann man ja beim C-Day dann wohl entwickeln. Mal gucken, wie krass und fett das dann wird. Ursaring auch richtig geniales Pokémon. Wie viel haben wir jetzt schon gehabt, Hannes? Erfolgreiche Max. Outs. Eins. Wie viel fehlen noch, Hannes? Fünf. Fünf. Madu sagt Pinsir oder Skaraborn. Skaraborn hast du, glaube ich, schon um 50er-Videos. Nee, Skaraborn habe ich nicht. Mit Skaraborn habe ich extra bei der... Genau, im Halloween-Event den immer als Buddy gehabt, um XL zu sammeln. Weil es gab ja doppelte Bonbons immer. Es gab auch manchmal zwei XL bei einem Laufen, wo man sonst eins kriegt. Also habe ich explizit. Aber wir gehen auf den ersten Vorschlag ein. Pinsir, hier liebevoll Pissnir genannt, hat ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung dann. Das maxen wir jetzt erstmal auf 3.345. Zweiter Max-Out. Vorschlag von Madu. Hat geklappt. Pissnir ist gemaxed. 3.345. Hat auch schon ein Best-Body-Batch. Also sobald da die Mega-Entwicklung kommt, gib ihm, würde Thomas sagen. Da freue ich mich schon drauf. So, weil Madu ja schon dran war, gehen wir natürlich weiter. Tja, vielleicht sind wir dann einmal durch und müssen trotzdem noch das Garaborn machen. Weil wir nicht genügend Vorschläge haben. Nick, ich schlage Kappa Loris zur Beise oder Visenior vor. Kappa Loris zur Beise Visenior. Kappa Loris ist schon auf 100. Er ist schon auf 50. Auf Level 100. Da stehen halt überall die Dinger dran. Zirpeise ist nicht auf 50. Da müsste ich Bonbons umwandeln. Also gucke ich lieber mal schnell nach Visenior. Visenior. Dann mach mal lieber das Visenior. Weil das ist ein Pokémon. Das hat keiner auf dem Schirm. Das können wir aber auch maxen. Auf 1987. Schöner Visenior Max-Out, würde er jetzt schreiben. Und da kommt auch der Tag dran mit Level 50. So, 1987. Das war jetzt das dritte. Hm? Gut. Das ist nix. Hier kommt Balou. Sagt Tauros. Glückshunder da. Pinzir. Oder Skaraborn. Verdammt. Die machen mir alles kaputt. Tauros. Tauros, als ich die Bonbons für Skaraborn fertig gelaufen habe, habe ich aufs Tauros gewechselt. Aber ihr seht, ich habe nur 204 XL. Da fehlt auch noch einiges. Auch mit Umwandeln nicht. Mit dem müsste man also weiterlaufen. Was hat er gesagt? 100% Glücks. Da müssen wir gleich mal durchgucken. Ansonsten hat er ja nur Pinzir und Skaraborn übrig. Pinzir haben wir schon gemacht. Da müssten wir ja das Skaraborn maxen. Aber vielleicht haben wir ja irgendein Glücks, was noch nicht gemaxed ist. Wir gehen mal kurz durch. 100% Glücks. Ist gemaxed. 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 Das ist nicht gemaxed. Haha. Wir haben es beschützt. Unser kleines, süßes Skaraborn ist beschützt. Wir können also hier einfach das Bruderlander maxen. Das 100% Glücks Bruderlander ist ja ein Glückshunderter. Das wird gemaxed mit Wutanfall. Das ist wichtig. Die viel bessere Attacke. Kriegt jetzt auch hier den Level 50 Tag dran. Ja, da wäre sogar noch ein Bruderlander in 100% Glücks übrig. Und der Rest ist Raikou. Bruder, Raikou muss mal zurückkommen. Da brauche ich XL, um das zu maxen, wie ich gerade sehe. Die restlichen Sachen sind alle... Na hier doch. Ne, ja, doch, ja. Hier auch. Fehlt aber. Hm. Was ist da denn los? Hier fehlt auch. Hier muss auch zurückkommen. Aber egal. Vorschlag ist auf jeden Fall fertig von Balou. Dankeschön. Dafür Skaraborn immer noch beschützt. Das war jetzt der Vierte? Vierte los. Noch zwei Stück. Schenaya. Hier meine Vorschläge. Traunmagil, Banett, Zobiris, Keuf, Waff. Da ich schon so oft Pinsir gelesen habe, brauche ich das ja nicht vorschlagen. Traunmagil, Banett... Banett habe ich letztens auch erst, kurz als das kam. Schnell auf 50 gezogen, dann die Megaentwicklung gemacht. Traunmagil, sagt sie ansonsten. Traunmagil ist auch auf 50 schon. Das können wir auch hier wieder wegmachen. 2900. Zobiris, Keuf, Waff. Zobiris. Schickt ja auch eine Megaentwicklung. Zobiris ist aber auch auf 50. Fehlt noch Keuf, Waff. Keuf, Waff. Das ist der normale, aber der ist auch auf 50. Ja, die anderen sind nicht auf 50. Die anderen sind auf irgendwas. Auf jeden Fall, guckt euch die schönen verschiedenen Formen an. Das sieht doch gut aus. Ich muss die ganzen Shinies aber mal entwickeln. Von dem Ding, dass die auch die ganzen Formen haben. Also bei Schenaya leider nichts dabei. Das tut mir aber leid. Kai, mein Vorschlag wäre, Uhafnir, Ninjatom und Ninkada. Ninjatom. Wir können, Ninjatom haben wir nicht. Ninkada können wir nicht. Ninjas können wir nicht, weil es zu wenig. Das andere war, was er da vorgeschlagen hat. Ja genau, Hannes. Mach mal den Wecker aus. Uhafnir, hat er gesagt. Uhafnir haben wir 100, aber nicht genügend Bonbons. Geht also leider auch nicht. Jetzt zieht sich's wieder. Bisa Fan Enzo. Meine Vorschläge sind Zwürfinst mit Dia de los Muertos Style. Oder Drift Zeppli mit Halloween Hut. Oder Zubiris mit Lichtelmütze. Zubiris haben wir schon gemaxed. Drift Zeppli haben wir schon gemaxed. Zwürfinst haben wir schon gemaxed. Ja, das sind natürlich... Er geht extra auf die mit Kostüm ein. Aber eigentlich wollen wir ja nicht doppelt und dreifach die Viecher haben. Drift Zeppli mit Mütze ist sowieso gemaxed. Das passt. Zubiris habe ich keinen 100er mit Mütze. Wir können ihm ja mal den Vorschlag... Weil ich ihn so gerne habe. Ach nee, geht auch nicht. Ich habe nämlich gar keinen 100er. Ich habe gar keinen 100er Zwürlig, Zwürfinst, Zwürklopp, was auch immer mit Mütze. Ich habe die Familie, die Scheidig-Familie voll mit den Blumengrenzen, aber nicht 100er. Das wäre außerdem jetzt auch kein Vorschlag gewesen. Das hätte ich als Bonus gemacht, weil dieses Pokémon ja schon so ist. Ansonsten habt ihr natürlich ein Zwürfinst Max Out auf 2700. Aber ohne Krone. Also, es sind immer noch zwei übrig. Grüße Ramses. Fettes Dankeschön, dass du Quappo gepusht hast. Ich schlage das Wullpix aus dem Halloween Event oder Gengar mit Hexenhut vor. Ach man, Leute, Gengar mit Hexenhut. Habe ich keinen 100er. Ich bin noch nicht Gott. Das gab es aus Raids. Ich habe keine Raids gemacht. Ich habe Raids auf dem Kleinen gemacht, um das Shiny zu kriegen und habe mir das rübergetauscht. Gengar an sich, das Einzige, was ich habe. Als 100er ist das Normale, wo ihr auch seht. Hat auch eine Mega-Entwicklung, ist auf 50 gepusht. Jetzt schlägt er das Wullpix vor. Wir haben extra schon damals Wullpix in der Alola-Variante gepusht. Wir haben Wullp... Wullnona. Das normale Kanto Wullnona haben wir ja noch gar nicht gemacht. Er schlägt jetzt Wullpix vor. Wullpix habe ich... Hier mit dieser komischen... Das könnten wir jetzt aber machen. Wir könnten einfach jetzt ein Wullpix... Ihr seht, wie kompliziert das ist. Wir können ein Wullpix einfach jetzt maxen auf 998. Dann haben wir ein Wullpix gemaxt. Der wollte ja ein Wullpix mit diesem Anzug. Aber weil ich ja noch kein Wullnona gemaxt habe, entwickle ich das jetzt einfach und schon habe ich ein gemaxtes Wullnona. Muss das normale Kanto Wullnona nicht mehr maxen, weil ich ja das Kanto Wullnona mit Halloween-Kostüm gemaxt habe. Sein Vorschlag, das Wullpix zu maxen, war gemacht. Und das wir es danach einfach entwickeln und kaputt machen. Das ist halt so. Zählt jetzt als vollwertiger Vorschlag. Jetzt haben wir das auf 2577. Können hier... Ne, Items? Ne. Ja, um die Attacken können wir uns wie immer nicht. Wenn wir das irgendwann mal nutzen für irgendwas, hat es falsche Attacken. Und jetzt seht ihr, Jetzt haben wir das Alola und das normale Kanto direkt nebeneinander. Das kommt ein bisschen höher als das. Sieht interessant aus. So, und ein Vorschlag ist immer noch übrig. Gucken wir mal. Scheinux. Ich habe keine Ahnung mehr. Grüße gehen raus. Grüße zurück an Scheinux. Kevin Pohl. Ich komme aus meinem Grab, weil ich Hunger habe. Gibt es hier Knochen oder Blut? Süßes wäre genauso gut. Christina Bonn sagt, Brauch nichts vorzuschlagen, weil eins alles gesagt wurde und mir sonst nichts einfällt. Trotzdem, liebe Grüße. Nach dir habe ich meinen Heitera benannt. Laurin Zobler. Mein Vorschlag wäre ein Griffel. Ja, ihr wisst, wir maxen natürlich Entwicklungen. Das heißt, Ambi Diffel. Und Ambi Diffel haben wir schon. Also gehen wir weiter zu SMG2 Raid God. Kannst du ein Myriador pushen auf 50 und ein Venufli bis. Myriador. Warte mal, Myriador ist aus der Hisui-Region, oder? Das ist von Waldorfisch, glaube ich, die Weiterentwicklung. Habe ich nicht als 100er. Jetzt guck mal extra auf Venufli bis. Ach, hör doch auf. Bis jetzt habe ich gedacht, ich nehme das Pinsir als Titel-Pokémon, weil das sehr cool ist. Ich glaube, wir haben unser Titel-Pokémon gefunden. Das letzte. Mit Venufli bist bin ich nämlich auch ständig gelaufen. Die ganze letzte Zeit, damit ich die XL noch voll habe. Das hat auch ewig gedauert. Hat 309. Das heißt, wir können das hier pushen auf 2441. Hat sogar Best Buddy Batch, weil da so viel gelaufen ist. Venufli bis 100%. Level 50. Das heißt, wir haben Scaraborn immer noch übrig. Scaraborn blieb verschont. Und das ist cool, weil das ist jetzt wenigstens ein regionales als Titel-Pokémon. Und Scaraborn wird vielleicht auch irgendwann mal ein regionales Titel-Pokémon. Und so müssen wir nicht beide hier verheizen. Das machen wir noch weg, die 100. So, 100%. Venufli bis Level 50. Max. So sieht das dann aus. Auf 2441. Grüße trotzdem noch an den Rest. Hier an den Juenta. Der hat nämlich geschrieben, ein Rayquaza wäre cool. Und ein Flungkiefer oder Hupa wäre cool. Und ansonsten sind wahrscheinlich alle durch. Rayquaza habe ich schon gemaxed. Das können wir nochmal ganz kurz zeigen auch. Damit ihr das nochmal seht. So. Hier Rayquaza kommen da 4336. Flungkiefer. Jetzt muss ich mal bei Flungkiefer gucken. Flungkiefer. Ich habe keine XL. Das ist auch eins, was wir irgendwann mal pushen müssen. Und auf 50 ziehen, weil das ja noch eine Mega-Entwicklung bekommt. Uh. Das wird auch schwierig, weil ich will ja nicht 10.000 Mega-Rates von dem Teil machen. So. Und dann sehen wir hier noch, Tsutsuku hat mir noch was erklärt. Und der Alba sagt, Krypto 100er. Aber wir haben unsere 6 Vorschläge schon voll. Also. Dankeschön fürs Mitmachen. Danke für die Kommentare. Wenn du Flie bist, wird das Titel Pokémon. Weil das fand ich am seltensten und coolsten heute. Danke an alle, die Kommentare geschrieben haben. Der Hannes, der kann ja jetzt, sobald das Video online ist, weil der kriegt ja jetzt mit, dass ich das jetzt online stelle, als allererstes einen Kommentar schreibe. Mal gucken, ob er das macht. Und was er da reingeschreibt. Vielleicht sagt er nur, mir fällt nichts ein. Grüße. Und ja. Dann macht ihr bitte wieder Kommentare. Ich würde mich freuen. Schreibt einfach, schreibt, schreibt, schreibt. Selbst wenn wir es schon, selbst wenn wir keine Bonbons haben, selbst wenn wir keinen Hunderter haben, selbst wenn wir keine, schreibt einfach Kommentare. Was sind eure Lieblings-Pokémon, die ich schmecken soll? Was hättet ihr für coole Vorschläge? Wir wühlen uns da durch. Wir gucken immer danach. Und es bleibt weiterhin spannend. Wer kommt dran? Wer kommt durch? Wer hat recht? Wer nicht? Wer greift ins Klo? Wer greift daneben? Und ja, wer holt sich Lutzdöner? Nämlich ich und Hannes jetzt. Hannes und ich auch. Das heißt, es sind schon zwei für jeden. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Drehen wir uns nochmal rum. Tschüss Hannes. Tschüss. Oh, jetzt muss ich aber hier schnell das Bild wegmachen. Da steht nämlich jetzt noch, Zockjan, verfolg dich jetzt. Grüße gehen raus an Zockjan. So einfach. Jetzt abonniert und direkt im Video dran. Bis gleich.